so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video auf meinem kanal ich mache es ganz kurz es geht um das anime meisterwerk ghost in the shell von 1995 in amerika ist jetzt diese wunderbare 4k version erschienen in japan selbst kostet die japanische uhd ich glaube 80 euro umgerechnet und diese 4k hat jetzt umgerechnet 15 euro gekostet als wirklich ein sportpreis für eine neue erscheinung und wirklich auch mit einem super schönen cover ich weiß nicht ob man das auf dem video so sehen kann aber es gibt hier so ein schimmer effekt an einigen stellen des posters auch hier in diesen datenströmen das hier dargestellt werden soll oder hier sieht man es denke ich ganz gut es ist ohnehin ein wunderschönes cover motiv wie ich finde es ist allerdings zensiert das muss man dazu sagen das original motiv hat hier nippel und da ist auch die waffe sichtbar dass man die nippel zensiert okay das wahrscheinlich eine auflage die amis sind da ja eh immer so pseudobrüde aber dass die waffe zensiert wird doch mal durch hier den streifen verstehe ich ehrlich gesagt nicht nichtsdestotrotz es ist ein super edles cover motiv und ja enthalten ist die 4k version dieses meisterwerks und auch die blu-ray die blu-ray ist nicht region free sprich ist amerika gelockt beziehungsweise region a gelockt die 4k hingegen ist natürlich region free das ist ja eine der bedingungen für 4k diese extras hier making of und original kino trailer ist quasi nur auf der blu-ray dann zu sehen die extras hier links sind auch auf der 4k zu sehen also auch mit playern sie sichtbar die nicht region free sind es ist dolby atmos auf der englischen und der japanischen ton spur aber auch der originale 2.0 audiomix und es ist auch dolby vision zusätzlich zu hdr vorhanden also sie haben hier richtig rein auf die kacke gehauen und genau ansonsten hat man halt noch englische und spanische untertiteln und auch englische untertitel für hörgeschädigte und man hat auch so genannte dub titles sprich wer die englische version guckt und die mit untertitel gucken will bekommt untertitel die zu dem gesprochenen englischen wort passen und wer es auf japanisch mit englischen untertiteln guckt kriegt englische untertitel die der original übersetzung quasi am nächsten sind ja dann können wir den schuber hier entfernen und das geht immer gar nicht so leicht deswegen habe ich jetzt noch mal ein schnitt gemacht ja dann haben wir hier den noch mal das motiv es ist auch übrigens eine digital version vorhanden und auf der rückseite noch mal dasselbe das bein sieht übrigens so aus und dann haben wir hier die disk einmal in pink das ungewöhnlich die 4k disk es gibt auch kein hintergrund motiv oder so und dann im blau die blu-ray und das war auf dem schuba draufgeklebt dann habe ich natürlich abgemacht um das cover motiv damit schöner aussieht aber hier steht auch noch mal das dolby vision und dolby atmos mit dabei ist und ja für meine amerikanischen freunde könnt gern diesen code nutzen ich kann damit ja hier nichts anfangen hier wurden die ja abgeschafft hierzulande ja also ist es ein fehlerloser release nein es gibt einen faux pas einen großen sogar in der also in diesem release wird auch in der japanischen originalton spur am ende ein extra für den amerikanischen markterstelltes ending lied abgespielt statt das original japanische mit dem chorus das ist natürlich ein krasser fail ist wahrscheinlich so entstanden dass man die englische tonspur auf dolby atmos gemixt hat und dann einfach die japanische version quasi drüber gelegt hat ohne aber dann bei den end credits wieder den richtigen song vom japanischen zu nehmen und hat es dann englisch gelassen das heißt für puristen die sollten weiterhin dann warten ich denke dass der release auch in england und so erfolgen wird ich weiß nicht ob in deutschland eine 4k version kommt hierzulande hat nippon art die rechte und naja die sind ja von 4k sehr weit entfernt würde ich mal behaupten wenngleich ich ihren media book release beziehungsweise digibook release habe ich den eigentlich auf meinem kanal vorgestellt ich weiß es jetzt gerade gar nicht den kann ich durchaus auch empfehlen ich mag auch tatsächlich die deutsche ton spur die fehlt hier natürlich und ich glaube auch dass beim deutschen release der japanische lied am ende auch der original japanische chorus ist und nicht so eng extra für den amerikanischen markt erstelltes lied nichtsdestotrotz ist das die zurzeit bestaussehendste version des films ich habe vorhin mal kurz reingeguckt die farben sind ultra knallig die schärfe ganz ganz toll und ja gerade die nietz zahl ist deutlich auch erhöht im vergleich zu japanischen uhd also während die japanischen nur bis 200 nietz leuchtstärke geht geht die amerikanische tatsächlich bis 1000 also ich haben sie auf jeden fall ordentlich noch mal was drauf gelegt aber eben mit einem kleinen makel nichtsdestotrotz für 15 euro denke ich kann man hier nichts falsch machen zumal ich auch nicht glaube dass wir dieses ultra coole cover kriegen würden hierzulande und jetzt steht ja akira nicht allzu weiter fern in den startlöchern hierzulande und da wird 40 euro verlangt für eine einfache schuber version naja das sieht man wieder die krassen preisunterschiede das soll es aber auch schon gewesen sein schaut euch dieses meisterwerk an entdeckt es neu und ja danke fürs anschauen bleibt gesund haltet euch an die abstandsregeln tragt maske und habt eine gute zeit servus